Hallo Leute! Wir beginnen die heutige Review mit einer kabellosen Maus und Tastatur, die bis zu zwei Monate funktionieren können, ohne dass sie wieder aufgeladen werden müssen. Diese Gadgets werden mit eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Batterien geliefert, die den Strom für eine bemerkenswerte Zeitspanne speichern können und so die ständige Notwendigkeit beseitigen, neue Batterien kaufen zu müssen. Mit der automatischen Hohemodus-Funktion der Geräte sinkt der Stromverbrauch der Batterien erheblich. Alles, was du tun musst, ist, einen USB-Receiver an deinen Computer anzuschließen und aus einer Entfernung von bis zu 8 Metern zu arbeiten. Bei Bedarf kannst du ihn über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel aufladen. Das ist allerdings nicht der letzte Vorteil aus dieser Kombination. Die ultradünne und ultraleichte Tastatur und Maus sind für Reisen hervorragend geeignet und sparen Platz in der Tasche und am Arbeitsplatz. Die Tastatur verfügt über alle notwendigen Funktionen wie NumLock, Lautstärkeregler, Ziffernblock, Taschenrechner und Tastenkombinationen. Die Arbeit damit erinnert an die Arbeit am Laptop. Leise und bequem. Darüber hinaus verfügt die optische Maus über leises Klicken, sodass du auch nachts ohne übermäßigen Lärm arbeiten kannst. Vom Hersteller wird eine Garantie auf Lebenszeit für die Kombination von Maus und Tastatur gewährt und die Rezensionen sprechen für sich. Für diejenigen, die gerne mit Alien-Geräten unterwegs sind, haben wir diese kompakte 20.000 mAh Powerbank von Easy Egg gefunden, die bis zu vier angeschlossene Geräte gleichzeitig mit maximaler Geschwindigkeit aufladen kann. Möglich macht dies die eingebaute Exklusiv-Smart-Technologie, die automatisch den passenden elektrischen Strom für alle angeschlossenen Geräte bereitstellt. Wenn dein Gerät eine schnelle Aufladung unterstützt, kannst du es einfach an den grünen USB-Anschluss des Powerbank anschließen und zusehen, wie sich die Ladegeschwindigkeit erhöht. Dieses Powerbank ermöglicht dir nicht nur das schnelle Aufladen deiner Gadgets, sondern lädt sich auch selbst schnell auf, wenn es an zwei Steckdosen gleichzeitig angeschlossen ist. Kannst du dir die Zeitersparnis vorstellen? Darüber hinaus verhindert diese Powerbank, dass deine Geräte überladen, überlastet und kurzgeschlossen werden, sodass das Laden deiner Geräte nicht nur schnell, sondern auch sicher abläuft. Ein kleiner Bonus des Herstellers ist eine eingebaute Taschenlampe, die besonders bei einem Stromausfall hilfreich ist. Liebst du Erdnussbutter, aber hast es, wenn dein Brot unter deinem Messer kaputt geht? Spar dir Zeit und verabschiede dich von der Reinigung mit dem ultimativen Küchengerät für deine Lieblingsnussbutter. Die Erdnussbutterpumpe ist eine großartige Lösung, um genau die Menge Erdnussbutter zu portionieren, die du für Sandwiches, Smoothies, Kekse und hunderte weitere Rezepte benötigst, ohne großen Aufwand der Reinigung von Löffeln oder Messbechern zu haben. Außerdem reinigt sie das Glas vollständig, damit du das nicht mehr tun musst. Die Erdnussbutterpumpe besteht aus lebensmittelechten, spülmaschinenfesten Materialien, die leicht auseinandergebaut werden können für eine schnelle Reinigung. Sie passt in die meisten Standard-1kg Gläser und kann mit vielen verschiedenen Erdnussbutterarten verwendet werden. Ein einfaches Gadget, das deine Nerven und deinen Verstand schont, der Eierknacker und Schäler. Vergiss auslaufendes Eigelb, Schale in deinem Spiegelei und die Qualen, die mit der Reinigung von Eiern einhergehen. Heutzutage sind ähnliche Varianten dieser Geräte weltweit im Einsatz, mit multifunktionalen Optionen, die sogar das Eiweiß vom Eigelb trennen können. Jetzt kannst du in einer sauberen Umgebung und vor allem in Frieden kochen. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken Pocket-Micro-Drums-Synthesizer und Sequenzer. Mit Sound-in-Studio-Qualität, echten synthetisierten Drum-Sounds, gesampelten Drum-Sounds und einer Vielzahl von Effekten ist er perfekt für die Erstellung von Beats unterwegs. Das Board verfügt über 16 Drum-Sounds, die mit 16 Punch-In-Effekten wie Verzerrung, Bit-Scrash, Delay, Filter, Repeat und anderen verschiedenen Effekten erweitert werden können. Du kannst auch das Tempo zwischen 60 und 240 BPM fein justieren und auf eine von drei Arten hören. Der integrierte Lautsprecher sorgt für einen sofortigen Klang, ein paar Kopfhörer für ein hochwertiges persönliches Hörerlebnis. Wird das Gerät an ein Lautsprechersystem angeschlossen, werden Räume zum Zittern gebracht. Das Gerät arbeitet mit zwei AAA-Batterien, ein Monat lang Musik-Experimente ermöglichen. In gleicher Weise werden auch Gadgets mit anderen Sound-Effekten wie 8-Bit-Videospieltönen, Sprachsamples und viele mehr verkauft. Mit der Synchronisationsfunktion kannst du all diese Geräte koppeln und wirklich coole Mix produzieren. Ein weiteres Gerät, das dir hilft, das Kochen zu beschleunigen. Der Schnellschneider schneidet sicher ganze Tomaten, Trauben, Oliven oder kleine kugeligen Früchte und Gemüse in der Zeit, die es normalerweise braucht, um eine oder zwei Scheiben zu schneiden. Es passt sich leicht an die Größe der zu schneidenden Lebensmittel an und ermöglicht jede Größe von runden Lebensmitteln, Fleisch oder Bagels zu schneiden. Rutschfeste Stellfüße sorgen für einen sicheren Stand. Der obere Deckel mit Griff schützt deine Hand währenddessen vor der Messerklinge. Hergestellt aus hochwertigem, lebensmittelechten Material, das beständig gegen Flecken und Schnitte, Absplitterungen oder Kratzer ist, um dir ein Produkt zu garantieren, das für lange Haltbarkeit ausgelegt ist. Da kann man wohl nur zustimmen, das ist wirklich nützlich. Reflectose sind praktische Sportsocken, die aufkommendes Licht reflektieren und ein Muss für jeden Fan von Nachtläufen oder Radfahren vor dem Schlafen gehen sind. Der reflektierende Stoff besteht aus tausenden von richtungsorientierten, gespiegelten Prismen, die das intensivierte Licht zurück zu seiner Quelle, wie beispielsweise zu einem Auto reflektieren. Mit anderen Worten, Reflectose reflektieren 10 bis 100 Mal mehr Licht zurück zur Lichtquelle als hörkömmlich reflektierende Stoffe. 360 Grad reflektierende Abdeckung bedeutet, dass Fahrer, die von allen Seiten kommen, deine Bewegungen sehen werden. Abgesehen davon, dass sie die Sicherheit deiner nächtlichen Ausflüge gewährleisten, bieten diese Socken dank der eingearbeiteten Meshstricklüftungen, die dich kühl halten, ein wasserabweisendes Garn für Komfort und eine Kompressions- und Fersenverriegelungstechnologie für die Gelenkunterstützung. Es ist schwer, in diesen Socken unbemerkt zu bleiben. Während andere Headset-Ständer nur einen Platz zum Aufbewahren deiner Kopfhörer bieten, ist der Kuzu Headset-Stand mit drei USB-Ladeanschlüssen ausgestattet, die ein einfaches Aufladen deiner Geräte ermöglichen. Der 4,0 Ampere-Ausgang ermöglicht es dem Gerät, drei Endgeräte einschließlich Tablets und Smartphones gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit zu laden. Mit der smarten Technologie kann er automatisch den Gerätetyp identifizieren und die schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit liefern. Sieht stilvoll aus und spart Platz und Zeit beim Laden verschiedenster Geräte. Bist du auch genervt davon, wie schnell sich Fingerabdrücke auf deinem Touchscreen sammeln? Lerne den iRoller kennen. Mit wenigen Handgriffen entfernt der iRoller Fingerabdrücke, Flecken und Schlieren von Touchscreens auf deinem Handy oder Tablet. Besser als jedes Mikrofasertuch. Übe einfach ein wenig Druck aus, während du mit dem iRoller über dein Handy, Tablet, iPhone, Mac oder Laptop-Bildschirm rollst, damit alles wieder sauber und frisch aussieht. Er kann unzählige Male verwendet werden. Du musst den iRoller nur gelegentlich mal mit Wasser und Seife abwaschen, an der Luft trocknen lassen und seine Wirkung ist wieder hergestellt. Mit einer Länge von nur 8 cm kannst du ihn leicht in deine Tasche oder Geldbörse stecken, während du unterwegs bist, um ihn für eine einfache Touchscreen-Reinigung bereit zu halten, falls es mal wieder nötig ist. Das Geheimnis für perfekte Selfies ist endlich da. Und nein, es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit im Haus herumläufst, um die ideale Beleuchtung für ein Foto zu finden. Der praktische Ring beleuchtet deine Selfies, indem er sich um dein Handy, Tablet oder deine Computerkamera schmiegt. Drei Helligkeitsstufen bieten Licht, das ideal ist, um ein Video oder Selfie unter den bestmöglichen Voraussetzungen aufzunehmen. Der Ring trägt dazu bei, dein Gesicht zu betonen und aufzuhellen. So entsteht auch bei schlechter Beleuchtung ein perfektes Foto. Du kannst ihn über das USB-Ladekabel aufladen, was Zeit und Geld für zusätzliche Batterien spart. Im Hosentaschenformat und extrem kompakt nimmt er nicht viel Platz in deiner Tasche ein. Nimm ihn überall mit hin, um die glücklichen Momente in deinem Leben festzuhalten. Apropos Qualitätsfotos. Als nächstes kommt das Kompaktik-Objektivset von Xenvo, das sowohl für Selfie- als auch für Hauptkameras geeignet ist und mit allen Ein- und Zweikamera-Handys kompatibel ist. Die Linsen werden aus flugzeugtauglichem Aluminium und hochwertigem optischem Glas gefertigt, um Haltbarkeit und Klarheit zu gewährleisten und Geisterbilder, Reflexionen, Linsenreflexe und andere unerwünschte Nebeneffekte zu minimieren. Mithilfe des Weitwinkel-Objektivs kannst du atemberaubende Fotos von Menschen, Landschaften, Architektur und vielem mehr aufnehmen. Nimm jedes einzelne Detail mit präzisem Fokus auf, um gestochen scharfe Makrofotos mit dem Makroobjektiv zu schießen. Eine Mini-LED-Leuchte mit drei Helligkeitsstufen beleuchtet dein Motiv und seine Umgebung mit warmem, gleichmäßigem Licht. Das Kit wird in einem speziellen Reisekoffer geliefert, der die Komponenten sicher und geschützt hält. Das Schnellverschluss-Schlüsselband ist die perfekte Lösung, um die Linsen zum nächsten Ausflug mitzunehmen. Lege einfach das Schlüsselband und die Linse um den Hals und fühl dich wie ein echter Profi-Fotograf. Scheu dich nicht mehr vor Spinnen und Insekten. Dieses Gadget gibt dir die Möglichkeit, Spinnen und Ungeziefer sicher und einfach zu entfernen. Außerdem bleiben die Tiere unversehrt, während du sie zurück in die Natur bringst, wo sie hingehören. Um Insekten zu sammeln, gehst du einfach wie folgt vor. Drücke den Griff so, dass sich die Borsten öffnen, positioniere die geöffneten Borsten über den Insekt und lass den Griff wieder los, damit sich die Borsten schließen. Um das Insekt dann wieder zu befreien, musst du nur nochmal den Griff drücken, damit sich die Borsten wieder öffnen. So einfach ist das. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Du kannst ihn verwenden, um Taranteln und alle kleinen Spinnen, Skorpione, Wespen, Bienen, Stinkwanzen, Grillen, Zikaden, Heuschrecken, Schmetterlinge, Plötzen, Wasserkäfer etc. zu fangen. Der Fänger ist etwa 65 cm lang. Die durchschnittliche Länge eines Arms beträgt zufälligerweise auch etwa 65 cm. So hältst du die mit einem Abstand von 130 cm von dir entfernt. Und schließlich, um unsere Liste abzurunden, haben wir hier ein elegantes Multitool aus Edelstahl im Schädeldesign. Das kompakte Multitool wird mit 12 Instrumenten geliefert, vom kleinen Flachkopfschrauber bis zum Flaschenöffner. Trage es wie ein Schlüsselanhänger an einem Schlüsselsatz und nutze es, wenn du etwas schneiden, schärfen, abschrauben oder einfach nur benutzen musst, um eine Flasche mit Stil vor deinen Freunden zu öffnen. Leicht, langlebig und multifunktional – dieses Werkzeug wird dir immer zur Seite stehen.